Seht, da fliegt der Heißluftballon. Oh oh, aber jetzt fliegt er übers Wasser. Wir brauchen was, womit wir ihm übers Wasser folgen können. Und zwar schnell. Ich weiß auch was. Das schnellste Boot der ganzen Welt. Ein Speedboot. Ja, helft mit aus mir, ein Speedboot zu machen. Zuerst brauche ich einen Gleiterrumpf. Durch den kann das Speedboot übers Wasser flitzen. Um den Rumpf zu bauen, ruft Gleiterrumpf. Gleiterrumpf. Als nächstes kommt die Schiffsschraube. Wenn die Schiffsschraube sich dreht, schiebt sie das Boot vorwärts. Um sie zu bauen, ruft Schiffsschraube. Schiffsschraube. Zuletzt brauche ich zwei starke Motoren, damit unser Speedboot richtig schnell wird. Um die Motoren zu bauen, ruft Motoren. Motoren. Oh ja, ich bin eine Speedboot-Monster-Maschine. Spring rein, AJ. Und drück auf die Speedboot-Tube. Geht klar. Achtung! Oh Mann! Wo kommen die Kanonenkugeln plötzlich her? Ich glaube, ich weiß, woher. Von den Piraten da! Ja, Kanonenkugel abfeuern! Die Piraten versenken wohl gerne Boote. Aber uns versenken sie nicht, denn ich habe eine Idee. Passt auf! Seht ihr den Felsen im Wasser? Er ist geformt wie eine Rampe. Und wenn wir mit unserem Boot schnell genug über die Rampe fahren, springen wir über die Piratenschiffe. Macht mit und helft uns wieder. Aktiviere die Tacho-Ansicht. Um über das rote Piratenschiff zu springen, müssen wir mit Tempo 30 fahren. Zählen wir in Zehnerschritten bis 30. Sprecht es mir nach. Zehn! Zehn! Zwanzig! Zwanzig! Dreißig! Dreißig! Juhu! Es klappt! Wir sind an dem roten Schiff vorbei! Oh nein! Crosha und Picky fliegen gleich in den Schleim-Vulkan! Rostfleck! Wenn wir sie retten wollen, müssen wir noch schneller fahren als vorher. Erhöhen wir unser Tempo also schnell auf 100. 100? Wow! So schnell sind wir bis jetzt noch nie gefahren. Aber wir schaffen das, denn wir können Turbo schnell fahren. Damit wir Turbo schnell werden, ruft... Keep Speed! Keep Speed! Ja! Wuhu! Turbo Speed! Schauen wir auf den Tacho und kontrollieren, ob wir schon 100 fahren. Zeigt der rote Pfeil auf die Zahl 100? Ja! Wuhu! Wir kommen, Crusher und Picky! Hörra! Hörra! Hurra! Ihr habt uns gerettet! Gern geschehen, ihr zwei! Jetzt festhalten! Ballonrummel! Wir kommen zurück! Hurra! Hurra! Sie haben es geschafft! Jippie! Wir haben es geschafft! Oh, danke, danke, danke! Ach, aber gerne, Picky. Blasi! Ich bin so glücklich! Ich glaube, ich muss dich drücken! Haben wir gern gemacht!